ehrlich ehrlich ist kilometer weit um eisen zu finden und direkt unter dem arsch liegt es ehrlich das war doch jetzt also ehrlich bin schon woanders eigentlich würde ich gar nicht mal runter gehen ich habe zu viel spaß ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen reisen so schön das ganze viele süße eisen 46 ja wir brauchen auf jeden fall noch diamanten sind es auch gar nicht mal verkehrt aber das ist jetzt auch noch nicht so wichtig weil wir davon schon ein bisschen was das ist echt ein ohrwurm kollege junge da hast du ein ohr was ein hier bock du ich habe es heute erst ein paar mal sein sein videos hört die videos sind legendär legendär sind ja ja und weiter geht es nach unten ich habe irgendwie so eine ganz dumme befürchtung alter erschreckt mich doch nicht so mein gott schwein okay wir haben eine höhle gefunden tschau nein ehrlich jetzt ist ja krass alter wo ist das schon wieder einer wo ist das skelette oder so was haben wir denn hier reise bist du oh ne endoperle also ich weiß jetzt schon dass ich hier definitiv mehr erfinder wie zum beispiel meine einzel spielung warum ich habe ich keine ahnung warum das ist aber immer ist das geil was das liebe arzt okay brauche ich jetzt auch erstmal nicht wie sieht es denn aus hier mit diesen durch was baut man denn das muss aber ich habe echt keine ahnung ja ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt schon bei der aufnahme sind und ich kann einfach nicht aufhören das ist furchtbar das ist ich suchte mich immer wieder so fest nehmen minecraft so ja mal noch ein leuchtchen hin da hat man ausgeleuchtet müssen ja ein bisschen sicher sein ok da geht es noch weiter ein bisschen eisen hat man ja wieder gefunden lieben erz mein gott ok sind jetzt vor allem hier geht es ja schon uranium das sehe ich jetzt schon ok ich weiß nicht wo wir davon hinkommen aber ich leuchte auf jeden fall mal hier den herzen tunnel aus damit hier irgendwann keine monster ausbohren so mein freund und schützt laber ok wir sind auf der 17 ich weiß gar nicht ob wir überhaupt noch rausfinden hoch was ist das das geht doch weg gut was haben wir da haben wir ihm zugemacht wahnsinn geil gleich eine coole höhle entdeckt mit einem schönen dungeon drin das ist immer erst silbererz bleierz uranium ok das kann man ja dann alles später abbauen das ist immer da oben zinnerz das ist immer da oben zinnerz das ist immer da oben zinnerz das ist immer wieder um alles zugemacht ok CITRUS CORT ach du scheiße ich würde sich jetzt wieder verarschen ey äh oder XP BEBERN oh mein gott gut in 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 so geht es hier noch hin wir leuchten auch aus so leuchten ja alles aus so oder mal ich nehme mal mit das war klar sehr schön kräfte mich an ja 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 und in dem gelände prima geil das ist echt nice ok darum geht es dann noch weiter da gehen wir jetzt natürlich noch nicht weiter wir gehen jetzt erst mal zurück das war das ok ok dann geht es hier runter hier hat man das ok hier hat man den dings ich habe gedacht dass wir das vielleicht gleich ganz runter kommen ehrlich Tja, sehr nice da sind wir da hoch gehen wir von hier kommen wir dann hier genau hier geht es ja auch noch ich habe keine sticks mit so das schauen wir mal tiefe von 16 zetrus quarts lapis ist das alles was hier licht perfekt das ist auch noch reisen scheiße wir haben eisen wir haben auch keine sticks ja wir brauchen eisen und ja ich habe aus eisen eine eisendings hergestellt und ja das war absicht weil die hält länger wir haben ja echt so viel oder mir sieht das gar nicht richtig oder oranium richtig kohle oranium berries und eisen eisen junger wir haben hier eisen naja sieht so schon mal gut aus es ist auf jeden fall eine erfolgreiche runde ich will das plätschern soja zitrus quarts ne 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 leck mich am arsch alter leck mich am arsch ehrlich leckt mich doch am arsch ich habe kein bock mehr warum jetzt warum oh mein gott das ist alles öl warum muss es sein warum 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 Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Nein, Golderz, nein, 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 warum, warum tun die mir das an, warum, okay, die Fackeln nehmen wir auf jeden Fall mit, das können wir hier lassen, das können wir hier lassen, den Pils können wir hier lassen, das nehmen wir mit, so, was kann man denn noch, wir brauchen hier auf jeden Fall, okay, das brauchen wir zum Bauen, das brauchen wir auch, das Holz würde ich jetzt auch, das Marble kann hier bleiben, das Silestone, das Zinn, das würde ich jetzt natürlich mitnehmen, So, Zitruskorn, Stab, dann die Cola, die Fackeln, ja, ich nehme mal mit, das Bett, ne, das Bett auf jeden Fall, die Küstung können wir hier lassen, Eisenbahn, Goldbahn, der Ender würde ich auch gerne mitnehmen, So, okay, dann haben wir ein bisschen Platz geschaffen, oben, Gold, richtig, brauchen gar nichts, wir sind genau unter uns, genau unter uns, das ist krass, ehrlich, das ist sowas von fucking krass, direkt unter unserer Hütte, So, was haben wir da, Play Arts, was ist jetzt, was ist das, Erde, nee, das ist Öl, okay, so, das schauen wir mal, das schauen wir mal, das schauen wir mal, oh, nein, ich will, schmeiß die weg, scheiß Schienen, braucht kein Mensch, das ist jetzt noch nicht, später vielleicht, ja, aber, warum, was ist das, Silber Arts, okay, Silber Arts würde ich jetzt erst mal verzichten, aber, Was ich auf jeden Fall nicht verzichten möchte, ist, ja, wir brauchen ja diese, Dinger, sind wir von hierher gekommen, kann das sein, ja, von da sind wir hierhergekommen, Okay, hier ist noch mal Eisen, das müssen wir alles mitnehmen, Ich hätte noch nichts dagegen, wenn wir 2,64er Sticks Eisen mitnehmen, Definitiv nicht, ne, so, hier haben wir Play, Naja, die Kohle wird ich jetzt auch erstmal sein lassen, Aber ich würde trotzdem ja schon eine Fackel setzen wollen, Weil, da kann ja hier nichts bohren, So, was haben wir hier, Okay, dafür habe ich's plätschern, oder mal hier vielleicht mal eine Fackel hin, So, Das ist alles Zinn, Erz, alles nicht so, Okay, Gott, was ist denn mein Lieber, hier ist eine Öl, Öl, Clomone oder was, Natürlich, da ist Eisenherz, das werde ich natürlich nicht abbauen, Okay, da geht's auch noch weiter, Oh, das wird los, Quarz, Okay, 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 Oh mein Gott, wie groß ist das denn? Was haben wir hier, Kohle, Gnitblock, Da geht's auch noch weiter, Alter Falter, ey, ehrlich, Was haben wir da, Play Apps, Ja, So ist das halt, Okay.